LCD LaserCut AG – Innovation als Antrieb Unter diesem Leitspruch ist LCD LaserCut seit 1995 Technologieführer im Laserschneiden von Elektroblech, ergänzt mit innovativer Paketiertechnologie und umfassendem Prozessengineering. Jährlich schneidet LCD mehrere tausend verschiedene Blechgeometrien mit dem Laser und paketiert diese zu Aktivteilen von Elektromotoren. Das Unternehmen ist fortlaufend am Wachsen. Zur Zeit wird ein neues Blechlager gebaut. Damit können Sie den grossen Bestand des geforderten Blechsortiment gewährleisten. Ihre Kundinnen und Kunden sind Motorenhersteller aus den verschiedensten Marktsegmenten in der elektrischen Antriebstechnik. Ihre Produkt- und Dienstleistungen werden von langjährigen und qualitätsbewussten Mitarbeitenden mit grösster Sorgfalt hergestellt. LCD LaserCut AG – Schnelligkeit, Präzision und Innovation.